Kapitel 23 Hermine stand in der Küche von Spinner's End. Sie drehte sich langsam um, um über die Tische zu schauen, die mit Notizbüchern vorbereiteten Zutaten und blubbernden Tränken bedeckt war. Hermine stoppte, als sie einen Trank bemerkte, der in einer Ecke schimmerte. Sie ging hinüber und beobachtete, wie der Dampf in Spiralen von der Oberfläche aufstieg. Sie roch heimlich daran. Der würzige, erdige Geruch von Eichenmoos, eine rauchige Note von Zeder, der beißende Geruch von oxidierenden Blättern und Pergament. Nein, sie roch noch einmal. Papyrus. Sie ging schnell wieder einen Schritt zurück und schaute auf die anderen Kesseln. Das ist eine ziemlich große Auswahl an Liebestränken, die du da brauchst, sagte sie. Sie schaute zu Severus rüber, wo er sich über einen köchelnden Kessel beugte. Ein neues Projekt für den dunklen Lord. Er hat neuerdings ein Interesse daran, die Tränke als Waffe einzusetzen, sagte Severus. Er lächelte spöttisch auf die trübe, luminisierende Flüssigkeit herab, mit der er arbeitete. Hermina spürte, wie ein Schauer über den Rücken lief. Ist das denn möglich? Severus lächelte schwach und zog damit den Schultern. Ich bin beides skeptisch und unmotiviert, also ziemlich wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es war eher eine vorübergehende Idee und kein ernst gemeintes Interesse. Ich stelle nur einen flächendeckenden Bericht zusammen, falls er nochmals danach fragen sollte. Und ich mache es lieber zu Hause, statt im Labor, um sicherzustellen, dass keiner irgendwelche bahnbrechenden Ideen mit einbringen kann. Hermine begutachtete das Zimmer. Es gab zehn Variationen von Liebestränken und ein paar Aphrosiaka, die sie wiedererkannte, genauso wie zusätzlich 15, die experimentelle Schienen. Was würde einen Liebestrank, den man als Waffe einsetzen konnte, ausmachen? Etwas mit außergewöhnlicher Stärke, das nicht wiederholt verabreicht werden muss. Ich glaube, er stellt sich vor, es für Verhörer zu verwenden. Das ist obszön, sagte Hermine schließlich. Allerdings. Zum Glück oder vielleicht eher Unglück hat er wichtigere Angelegenheiten für Sussex geplant, auf die er sich fokussieren muss. Hermine lag noch immer auf dem kalten Boden des Badezimmers, als sie aufwachte. Sie blieb weiterliegen. Wenn es einen Vorteil ihrer Depression gab, dann war es, dass sie das Schlafen einfacher machte. Es war, als ob ihr Körper aufgegeben hätte. Die Wut, die sie monatelange herangezüchtet hatte, war verschwunden, und sie blieb zurück mit Müdigkeit und Lustlosigkeit, so als ob ihr Körper zu schwer wurde, um sich überhaupt um den Boden zu schleppen. Sie konnte fast den ganzen Tag schlafen und schlafen in einem Zustand der Verzweiflung. Sie drückte sich selbst vom Boden hoch, ging in ihr Zimmer, kroch unter die Decke in ihrem Bett, und verkrub sich unter ihr und umarmte sich selbst. Selbst ihr Gehirn fühlte sich müde und lustlos an, als ob sogar Denken zu anstrengend war. Sie warf einen Blick auf die Uhr. Es war fast neun Uhr abends. Es stand ein Tablett mit Essen neben dem Stuhl, aber sie hatte keinen Appetit. Sie fragte sich, warum Malfoy in Frankreich war, vermutlich, um noch mehr Leute umzubringen. Würde er immer noch maskiert sein, oder würde er es offen machen? Sie wunderte sich, wie er wohl aussah, wenn er den Todesfluch benutzte. Die Gesichter der meisten Menschen verzogen sich zu verabscheulichen Grimassen, wenn sie den Todesfluch benutzen, sogar Voldemorts. Aber Malfoys Hass und Wut war so kalt. Vielleicht sah er so aus, wie er ausgesehen hat, als er Montague getötet hatte. Hebbina fragte sich, ob es Absicht war, dass er als hoher General enttarnt wurde. Wenn Malfoy darauf hinarbeitete, Voldemort seine Macht zu entreißen, dann musste man ihn kennen. Kennen und fürchten. Enttarnt zu werden, ist vielleicht ein gut kalkuliertes Risiko gewesen. Er würde sich darauf verlassen, dass Voldemort eine öffentliche Figur benötigte und dass er deshalb sein Leben verschonen würde. Wenn die Lage in Rumänien tatsächlich so instabil war, wie gesagt wurde, dann konnte Voldemort Malfoy jetzt nicht töten, selbst wenn er es wollte. Es würde ein Vakuum an Macht hinterlassen, die Todesserarmee destabilisieren und Europa die Möglichkeit geben, sich freizukämpfen. Es gab niemand anderen in Voldemorts Armee, der auch nur annähernd vergleichbar wäre. Voldemort hatte kommunale Regierungsfiguren, aber Malfoy war Voldemorts einzige sichtbare Stützer auf kontinentaler Ebene. Der mächtigste General in der Armee des Dunklen Lords, das hat Astoria gesagt. Jahrelang ein General, das hat Malfoy über sich selbst gesagt. Hermine pausierte verwirrt. Malfoy ist ein General während des Krieges gewesen? Sie erinnerte sich nicht daran, wann Malfoy ein General gewesen ist. Sie erinnerte sich nicht an viel von ihm, nachdem Dumbledore gestorben ist. Sie hat angenommen, dass sein Aufstieg in den Rängen gegen Ende des Krieges passiert sein muss, aber vielleicht ist das falsch gewesen. Es ist schwer gewesen, gegen Ende des Krieges noch Informationen zu bekommen. Hermine ist in den meisten strategischen Ordentreffen nicht mit anwesend gewesen. Es muss ein Detail gewesen sein, das sie nicht mitbekommen hatte. Es gab so viele Dinge an Malfoy, die unergründlich waren. Seine Macht, der Grund für seinen Ehrgeiz, die Ironie in seinem Talent für Heilkunst, seine Fähigkeiten beim Apparieren. Ein Ritual als eigentliche Bestrafung. Hermine betrachtete das Ministerium in ihren Gedanken. Es ist wahrscheinlich das gewesen, über das Voldemort gesprochen hatte, als er darauf hingewiesen hat, dass er ihn enttäuscht hat. Hermine fragte sich, was zur Hölle es gewesen ist. Dunkle Magie-Rituale waren generell körperlich zersetzend und geistig zerfressend. Dafür schien Malfoy in einem verdächtig, fast unnatürlich guten Zustand zu sein. Tatsächlich war er sogar, wenn sie mir darüber nachdachte, auf eine unmögliche Weise bei gesundem Verständ. Die Menge an dunkler Magie, die in ihnen ausgesetzt war, sowohl durch sein eigenes Benutzen, als auch durch Voldemort, er sollte eigentlich davon vergiftet werden. Außer er verbrachte seine ganze Zeit damit, sich Reinigungsritualen zu unterziehen. Seine relative Gesundheit erschien unmöglich. Hermine ist es schon schlecht geworden, nur davon Voldemorts Saal zu betreten, während Malfoy komplett reaktionslos schien und er ging mit Sicherheit mehrmals die Wochen dorthin. Leute wurden nicht reaktionslos bei dunkler Magie. Es war wie eine vergiffende Droge, abhängig machend, beeinflussend, tödlich. Dunkle Magie neigten dazu, mehr und mehr und stärkere und stärkere Arten der dunklen Künste zu benutzen, bis es sie zerfraß, wie es bei Voldemort der Fall war, oder es macht sie verrückt, wie es bei Lucius und Bellatrix der Fall war. Aber Malfoy war unversehrt, körperlich und geistig war er makellos und dazu in der Lage, quer durch einen ganzen Kontinent zu apparieren. Wie zur Hölle war das möglich? Hermine drehte die Frage immer wieder in Gedanken umher, bis sie schließlich aufgab. Sie hatte nicht genügend Informationen, um Vermutungen aufzustellen. Sie beschäftigte sich mit einem weiteren Problem. Sie konnte nicht verstehen, wie sie selbst in all dies hineinpasste. Was auch immer Malfoys Plan war, sie musste irgendwie dahin vorkommen. Malfoy war zu sehr darauf bedacht, sich um sie zu kümmern und sie intakt zu halten, als dass es anders sein könnte. Hermine hatte gedacht, dass er es einfach tat, weil es ihm befohlen wurde, aber sie fing an zu vermuten, dass seine Zuneigung tiefer ging als das. Er schien persönlich und emotional in die Sache involviert zu sein. Die Art, wie er sie anschaute, die ungeteilte Intensität war kaum zu verleugnen. Sie war wichtig für ihn oder seine Pläne. Wo in seiner Strategie passte es hinein, Hermine nicht zu schwängern? Er hasste es, sie zu vergewaltigen. Es schien nicht so, als ob es ihm auch nur ein winziges bisschen gefallen würde und auch nicht so, als ob er versuchte, dass es das tat. Es machte ihn krank. Also sollte er sie doch so schnell wie möglich schwanger haben wollen. Außer es hatte mit ihren Erinnerungen zu tun. Die Idee, dass eine Schwangerschaft ihre Erinnerungen befreien würde, war theoretisch die beste, aber wenn Malfoy etwas in ihren Erinnerungen vermutete, das er nicht befreit haben wollte, das würde es vielleicht erklären. Aber selbst ohne eine Schwangerschaft haben die Erinnerungen angefangen, langsam zurückzukommen. Wenn sie schwanger wäre, würde es ihm neun Monate verschaffen, indem er exklusiven Zutritt auf sie hatte. Solange sie nicht schwanger war, würden eventuell willkürliche Erinnerungen auftauchen, die Voldemort finden konnte. Warum? Warum würde er sie beide weiter durch fünf Tage monatliches Trauma zwingen? Hermine konnte es sich nicht erklären. Sie grübelte weiter über die Frage nach. Das Einzige, was ihr sonst noch einfiel, war, dass er wusste, dass sie lieber sterben würde, als schwanger zu werden. Würde ihm das etwas bedeuten? Sie zerbrach sich weiter den Kopf, bis sie einschlief. Sie fühlte sich den ganzen nächsten Tag ängstlich, nervös und zappelig, bis sie Angst bekam, dass sie sich gleich ihre eigene Haut abziehen würde. Sie überflog den Tagespropheten nur ganz sporadisch, bevor sie anfing, ihn in Stücke zu reißen und in alle möglichen Formen zu falten, an die sie denken konnte. Sie konnte keine Kraniche falten, aber sie konnte Flugzeuge falten und alle möglichen geometrischen Formen. Sie legte ihre ganz nervöse Energie in das Falten, bis sich ihre Fingerspitzen Wund anfühlten. Sie fing an, durch den Neuflügel zu gehen, ihre Finger streiften leicht entlang der Wand, als sie lief. Als der Abend kam, wartete Hermine, ohne dass sie die Anweisungen dafür bekam. Topsy tauchte nicht auf, aber dafür ist Abendessen. Hermine ignorierte es. Es war fast neun Uhr, als die Elfe plötzlich ins Zimmer ploppte. Topsy wandte ihre Augen ab, als Hermine auf sie hinunterblickte. Der Meister ist zurück, sie soll sich jetzt fertig machen. Es entstand eine kurze Pause. Ich bin schon fertig, sagte Hermine. Topsy nickte und verschwand dann. Hermine ging zu ihrem Bett und setzte sich am Fußende hin. Als Malfoy in der Tür erschien, starrten sie sich quer durch den Raum für einige Minuten an. Es gab nichts zu sagen. Er ging quer durch das Zimmer und zog ein Fläschchen Beruhigungstrank hervor, dass er ihr, ohne etwas zu sagen, reichte. Sie trank den Inhalt aus und gab es ihm zurück. Während er seinen eigenen Trank nahm, rutschte Hermine zurück auf die Matratze und legte sich hin. Sie starrte bestimmt auf dem Balderin über ihrem Bett. Sie zuckte nicht zusammen, als sie spürte, wie sich die Matratze neben ihr absenkte. Sie machte keinen Muckse, als sie spürte, wie er ihre Roben zur Seite schob und sie entblößte. Als sie spürte, wie er zwischen ihre Beine rutschte, biss sie sich auf die Lippe, während sie weiter nach oben an den Balderin starrte. Als er den Gleitgill zauber murmelte, ballte sie ihre Hände zu Fäusten. Als er in sie eindrang, keuchte sie kurz auf und drehte ihr Gesicht Richtung Wand. Sie wandte sich innerlich vor Qual. Ihr Körper hat es erwartet, sich darauf eingestellt und es erwartet. Er war bereit. Er wollte es. Es war so ein tiefer Verrat. Dass sie wusste, dass ihre Erregung physiologisch natürlich war, machte die Schuldgefühle nicht besser. Wenn die Vergewaltigung klinisch war, dann war es erträglich. Wenn sie betäubt war, dann war die Vergewaltigung erträglich. Aber wenn es nur sie selbst war, ihr eigener Verstand und ihr Körper, dann war es am schlimmsten. Es drehte und riss an irgendwas in ihrem Inneren. Ich werde vergewaltigt und mein Körper genießt es, dachte sie verbittert und wollte sich wegdrehen. Sie dachte, dass sie sich gleich übergeben würde. Sie wollte nicht wissen, ob Malfoy den Unterschied spüren konnte oder ob er es wusste. Sie starrte an die Wand und versuchte nicht nochmal einen Laut von sich zu geben. Als er kam, entfernte er sich sofort, riss ihre Roben nach unten, schnappte sich seine Roben und apparierte. Sie drehte sich nicht um, um zu schauen, wie er aussah, bevor er verschwand. Sie schloss einfach ihre Beine und lag da. Sie konnte spüren, wie ihre Tränen kalte Spuren auf ihren Schläfen hinterließen. Und wie geht es? Das Ωstern ist, wie sehr nach qué Sie hier im Chat Vielen Dank.